und ein ganz großes herzlich willkommen zur neuen party von ladies mystery journey ich hoffe euch geht es noch immer gut auch wenn ich die aufnahme gerade nicht ja dann wieder mal begonnen habe ich habe gerade wir mal zwei eimer aufgenommen und ja ich habe mir gedacht ich werde einfach nur die einfach jetzt so beenden habe ich nach habe ich mir so gedacht ja dann mache ich halt einfach eine zweite aufnahme wenn das video schon nicht so ganz gut klappt ich habe das video jetzt schon ja also schon hochgeladen wurden ja auf jeden fall und ich gucke mir dann aber später einmal die machen muss ich weiß nicht was hier also ich das halt auch sehr ausdrücklich meine freund schuld vielleicht schon sorry 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 also okay das thema von automatisch hat die sorry ich habe euch jetzt meines aber ich bin ja nein machen woher jetzt sparen nicht mal ein bisschen jetzt und ich bin einfach so und okay also geht jetzt weiter hier euch sehr gespannt dankeschön gut dass ich meine freunde wie auch immer meine freunde ist halt ein bisschen schweres rätsel also würde ich auch überhaupt das ist ein schweres kacke schwert rätsel ist ja würde ich überhaupt das schwer ist aber es kann aber auch einfach sein aber es kann aber auch einfach sein meine freunde ich weiß nicht genau ob es wirklich so schwer wie es auch aussieht schwer ist ich gucke mir mal eben um meine freunde ich kann es mir nicht so schwer vorstrahl ist auch nicht so schwer aus wie meine freunde wir gucken mal ob schwer ist sonst muss er abbrechen sonst muss ich jetzt einfach abbrechen ist auch egal so macht keine scheiße mit kamera so geht es jetzt auch nicht ich hoffe ich hoffe mal es geht es geht nein es ist gut ich will einfach mal ruhe karten der karten kann den karten gut ist gleich vielen dank ja es war gut entspannt ich entspann ich jetzt entspannte ich doch mal auf einmal gehst du sag er und dann jetzt hat man mal ruhe der karten 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 bitte lasst mich in ruhe und ich will einfach mal aufnehmen vielen dank so da wir aufbrechen da wird aufbrechen das ist eine von euch zu sprechen wenn ich noch einmal brauchen wir noch wenn ich noch einmal wenn ich noch einmal in ruhe ausrasten wird einfach ausbrechen jetzt mindestens wer auch mal das doch was 1 wo ich will mensch ist einfach ich will es einfach mal in ruhe ausbringt bitte lasst mich in ruhe ausbrechen jetzt das war es ja auch einfach so wie gesagt die kamera und das alles hat mich auch einfach hier ich werde nur sagen meine freunde sich einfach ja kein gutes kein gutes kein guten rüppel habe aber ich habe ein einfall meine freund ich habe sich ein einfall weil ich machen konnte meine freunde weil ich tatsächlich machen konnte meine freunde und ich bin auch sehr gespannt was mich auch erwarten wir waren bei diesen geilen anteil hier also sind wir sehr sehr gespannt und wir lassen uns an die tour an dass ich das red nicht gut kann ist ja auch kein problem ich muss auch nicht mal redet ich muss auch nicht jedes risiko meine freunde ist ja auch kein problem ich muss auch nicht ihre sich können ich kein problem genau also ich so einfach jetzt meine freunde ein bisschen achten auf jeden fall meine freunde so jetzt klarkommen dass er super nach von dir wenn sie mal ein bisschen hier ruhe machen könnte dann von dir ich glaube ich glaube es richtig und ich glaube ich glaube b ist richtig oder c oder e ich weiß nicht genau aber auch immer falsch kann ich mir ja es halt immer einfach ich habe alles falsch wir machen roma und ich hoffe jetzt kann ich mal ruhe auch hier aufnehmen so das geht aber ich hier nicht ich kann ich hoffen die ruhe aufnehmen meine freund sich ich wünsche es mir wenn ich mal jetzt mal ruhe aufnehmen können weil die kamera ist so doof wenn ich jetzt erst die kann wenn ich jetzt erst wie die wenn ich das video jetzt hier vor anfang an war aber nicht dass du jetzt erst vom anfang an bis bis zum ende mache dann tut mir leid meine frauen weil jetzt geht weiter hier mit diesem partie von let's play latents müssen wir schon viel spaß und ja ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß ich weiß nicht genau ich weiß noch nicht genau ob ich das video jetzt hier ja es ist ja bei diesen ja bei diesen stück weil ich habe nämlich wenn ihr es also wenn ihr den anfang jetzt erst hier hat vom video dann wünsche euch auch echt viel spaß und es liegt daran dass ich anfangs probleme hatte ich hatte ganz ich hatte ganz viel ich habe ganz 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 viele ja anfang störungen ich hatte ganz viele ja störungen oder ganz ganz viele fehler gerade gemacht haben beim anfangs video also beim bei diesem video hier meine freundin bei diesen anfangs video und jetzt möchte man ruhig aufnehmen wenn ich jetzt nicht darf so das habe ich falsch gucke mal ob 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 mich jetzt kann das problem ist ob es ist ungemütlich ist auf der auf dem 3 der ist meine ich auf drei der ist noch ungemütlicher meine freunde wo es ist das ist das soll man fronten ja ich glaube es ist richtig ja ja alles löschen es sieht so hässlich aus meine Freunde ich glaube es ist richtig jetzt muss ich gucken was ich noch ein bisschen machen muss das kann ich mir auch vorstellen wegen diesen Zeichnungen ich glaube es ist richtig ja so ist es richtig auf jeden Fall ich glaube ich jedenfalls nicht falsch dann halt nicht ich wusste es meine Freunde ich weiß nicht immer ich weiß nicht immer bei diesen Ausblick weil er immer so komisch die Frau guckt immer so komisch meine Freunde würde ich jetzt überhaupt so komisch gut aber gut okay so dann glaube ich es ist B und E oder F ich weiß nicht was für eine richtige Nummer ist meine Freunde kann aber auch A und oder oder ja guck mal er sieht richtig aus meine Freunde ich dachte es wäre A und V oder ja D oder oder I oder was auch mal oder G oder so habe ich gedacht aber ne wir haben richtig gemacht wir haben es richtig gemacht meine Freunde wir sind die besten in der Welt meine Freunde ich bin wirklich sehr gespannt meine Freunde ich hätte auch echt gut hinbekommen hätte ich nicht gedacht ob ich das so toll einfach wie immer hinbekommen bei diesem Video hier und das ist einfach toll das ist einfach es geschafft haben Frau bin wirklich sehr Frau bin wirklich sehr unscheiß Wassermarsch wenn du die Ventile B und E öffnest kein Problem fließt aus allen Rohren Wasser jetzt passt wieder alles ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube schon ich glaube schon das ist eine gute Alternative auf jeden Fall vielen Dank für dieses geile Gäste es war sehr schwer aber ich habe es ja gemacht unscheiß habe ich echt gerne gemacht und muss sein Dankeschön vielen Dank ich bin sehr gespannt wundervoll oh je mini ich wünsche ich ihr könntet das Problem mit dieser Pfütze genau genauso flott lösen wie ihr dieses Rätsel gelöst habt wenn es geritten hat gibt es hier immer eine Pfütze ja auf jeden Fall ach hat es denn gestern geregnet eine meiner Nachbarin meinte es hätte mitten in der Nacht geregnet ja wobei ich mich gar nicht vorstellen will warum sie so dieser Zeit noch wach war aber gut okay es klang also aber so als ob es nur ein kurzer Schauer war hmm Regen mitten in der Nacht komisch na ja ist irgendwie komisch aber ist egal wir haben sie schon meine Freunde wir haben das ganze Rätsel geschafft wir sind die besten der Welt meine Freunde wir haben das ganze Rätsel jetzt geschafft meine Freunde mit diesen Osterlager hier wir haben alles komplett geschafft meine Freunde ich bin sehr sehr ja zuverlässig jetzt geschafft haben wir haben es jetzt geschafft meine Freunde dieses ja erste Rätsel zu lösen und wir haben es abgeschafft meine Freunde wir wissen jetzt genau was es ja für sich also jetzt wisst ihr oder das wissen wir wir wissen jetzt was ja sich auf sich hat jetzt wissen wir welcher oder welches welches ja alle schlechten müssen lösen ach so ich dachte lösen ich dachte lösen löschen aber löschen bitte nicht dann vielleicht den partner end bevor ich den nächsten paar beginnen oder im speichern bitte vielen dank speichern dankeschön speichern bevor wir den diesen fall lösen hier meine Freunde das war eine gute Idee haben wir schon schon wäre das spiel vier stunden lang okay sehr nice das war echt nice und jetzt haben wir auf jeden fall auch an was ich habe meine Freunde ja gut meine Freunde haben wir echt nice gemacht und scheiß haben wir echt nice gemacht und muss ich sagen Rätsel index Rätsel index drücke Y um an Rätsel zu deinen Favoriten hinzufügen du findest es dann im entsprechend die Kennzeichen Reiter oh mein Gott wie geil ist das meine Freunde ohne Scheiß so muss es sein um ein Rätsel aus deinen Favoriten zu erfüllen drückst du einfach an Neu Y du kannst auch das Sternensymbol am Bildschirmrand unter links dafür nutzen aha gut das freu ich sehr meine Freunde sehr gut das haben wir echt gut gemacht schönen Dank Bisher ungelöste Rätsel findest du im zweiten Reiter von rechts um ein Rätsel zu versuchen dass du vor der Lösung abgebrochen hast musst du zuerst an den Ort an den du es ursprünglich gefunden hast spezielle Rätsel hingegen also die im Reiter ganz rechts kannst du dir Zeit und überall zu lösen versuchen okay ich glaube meine Freunde ich glaube dass ich auf jeden Fall auch versuche zu machen meine Freunde 1 2 3 4 5 haben wir vergessen wohl ich weiß nicht wofür ist meine Freunde aber wir haben auf jeden Fall fast jedes Rätsel geschafft meine Freunde 1 2 3 4 6 7 8 9 ich habe 5 vergessen aber trotzdem haben wir es gut gemacht meine Freunde ohne Scheiß haben wir echt gut gemacht sehr sehr schön hat mir auch einen Spaß gemacht ich würde sagen das erste Rätsel bis jetzt hat mir auf jeden Fall ja das hier hat mir gut gefallen mit dem Puzzle und das können wir ja nochmal spielen meine Freunde ich habe es ja genauso gut in Erinnerung wie früher auch guck mal das würde mich echt mal interessieren meine Freunde ob ich es genau so früh früher auch in Erinnerung habe das wäre auf jeden Fall sehr nice guck mal ich habe eine gute Nase hoffentlich das würde mich super super freuen das wissen das fand ich aber nicht das fand ich aber noch nicht meine Freunde das war ich halt noch nicht aber gut ich glaube es war ich meine Freunde ich glaube ich muss umdrehen umdrehen auf L ne ne war das ist richtig 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 ja also alles dann kommt das hin das ist auch richtig und ich glaube schon ja gute Idee gute Idee oh mein gott wir sind echt wir sind echt die besten meine Freunde ok ich war einfach einfach es war muss ich so geben einfach würde ich jetzt brauchen meine Freunde ich glaube ich hab mal gut in Erinnerung meine Freunde ich muss eine gute Erinnerung haben ohne scheiß meine Freunde ich muss immer in Erinnerung habe eine vorne und hat gemacht dann alles gemacht wo wir sagen ja das vielleicht zu meinen favoriten für hinzufügen nicht ja hier das hier genau perfekt das ist auf jeden fall einer mein lieblings rätsel ich will ganz kann man eben neue rätsel machen dieses hier die richte der tage die dann neu meine freunde mein gott ja auf jeden fall sind die neue rätsel dabei ich würde gerne mal so eine rätsel machen so zwischendurch mal meine freunde so ein bisschen spaß haben ja genau das hier fürcht das jetzt sehr sehr interessant aus und das sieht aus wie ein königschaos oh mein gott also sieht auch es klingt so heißt es klingt so zumindest wie ein könig chaos und ich bin sehr gespannt auch cool ist anders das erinnert mich total an 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 kennt ihr kennt ihr schiff versenken die schiffe versenken meine freunde das war echt nice und scheiß sehr lange macht kein problem die durch eine dicke linie getrennten bereiche sind königliche königreiche mache ein ritter aus jedem knügel reicht zu einem könig über die anderen dass das geht ganz einfach du musst ihn dazu nur auswählen wenig wähle ihn erneut aus damit er wieder zum ritter wird okay dass du das gute idee wow dass meine tolle dem meine freunde ohne nice ohne scheiß das ist meine das ist meine echt heftige und gute meine freunde sein ein könig ist geboren und dann noch einer und noch einer doch jedes königreich kann nur einen gebrauchen also ohne schatz meine freunde ohne scheiß das ist einfach gut dass ich einfach gerade jetzt hier ja das mit der kamera einfach gut schaffe meine freunde würde ich auch sagen dass es eine gute idee ist meine freunde dass die kamera einfach gerade so gut hält meine freundes macht mir einfach spaß das muss es einfach sein ohne scheiß so muss es einfach sein so macht es auch einfach spaß so was noch einfach spaß würde ich auch sagen soll könnte ich rein